Wenn Sie lose Materialien haben, die keine Mechanik benötigen, dann empfehlen wir Ihnen diese große offene Ordnerbox mit einem Längenmaß bis zu 960 mm. Die Innenseiten bieten dann viel Platz für sämtliche Materialien. Dank der passenden aufgeschweißten Tasche können Sie beispielsweise Ihre CD platzieren. Eine große PP-Tasche ist verfügbar für Ihre losen Inhalte. Auch Ihr Stift findet den richtigen Platz und Ihr Kontakt kommt in die dazugehörige Visitenkartentasche. Wählen Sie bei dieser offenen Ordnerbox aus verschiedenen Verschlussmöglichkeiten und gestalten Sie sie mit dem Offset-Druck nach Ihren individuellen Wünschen.